Achso, das sind's. Das sind ausgegeben. Was hast du denn gewählt davon? Die mit 4.000 Dollar. Warte, aber ich werde gleich suchen. Aber es steht zusammen. Es ist gar nicht die Option, glaube ich. Das ist eigentlich ein bisschen. Und das ist ein bisschen Schneemacher. Wir fahren erst meine Fracht weg und dann fahren wir deine Fracht weg. Weißt du denn jetzt? Oder fahren die alle gleich? Ich hab keine Ahnung. Wir fahren erst deine weg oder fahren wir meine weg? Nee, der müsste ja gleich raus sein. War da mit einer hier oder was? Ich hab mal eine hier. Hast du den auch? Ja, ich hab den auch. Aber ich schiebe die Fracht da nicht rein, weil hinten nicht aufgeht. Und vorne kann ich nicht einen da anrufen. Sonst. Was ist das losster da? Ja, das wird ja nichts. Also, ich hab den auch gemacht. Ja, es ist gar nicht so gern. Ja, nicht so gern. Was ist das losster Abo? Wo ist das losster Abo? Was ist das losster Abo? Und da ist auch nicht zu erinnern. Dann kann ich die Klappe aufmachen, das ist gefloppt. Gibt mir doch nur so nix. Steht ja doch niemals da ran. Hä? Okay, sind wir ganz ein bisschen... Das will ich so nix ran, jetzt nur sagen. Ich tue mich damit dazu ein bisschen mal drauf, mal gucken, ob es hilft. Das ist beim Märzhorn automatisch eingezogen. Hast du Spannkortel dran in der Parteienküste? Nö. Da krieg ich ja gar nicht drauf, weil das Problem ist ja, wie soll ich ihn drauf machen, die Klappen gehen ja nicht runter. Dann krieg ich das Ding ja gar nicht drauf. Na ja gut, ihre Ladesicherung wird eh schon bewertet. Ich mach gerne die Klappe oben drauf und fertig, dann werden wir den machen. Ja, ihr müsst hier noch einen Ben reinmachen. Ne, der wird schon drin. Echt? Ich hoffe, da kommen wir nicht drin. Ja. Die drückt man doch auch schon an der Zeit. Wird lustig, der Ding da reinzubekommen. Ja. Dann schieben wir mal, ne? Ja. Dann schieben wir es. Oh Gott. Ja, noch ein Stück. Wir machen das. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich häng mal den Anhänger auf sich an. Lass uns. Das spiele ich das. Oh. So. Jetzt ist es drin. Ich glaube, es ist drin. Ich glaube, es ist drin. Ich glaube, es ist drin. Nein. Nein, es ist nicht drin. Ah! Bin ich aber geil. Drei Kisten. Ich war da mal nur. Das wird es einfach so. So, aber ich kann es überlegen und so, wenn du weniger passt schon. Jetzt brauchst du eigentlich noch einen Wenn. Also, brauchst du überhaupt nicht mehr, wenn du das so bauen kannst. So, jetzt. Ja. Glaubst du ja nicht, dass du so gewollt bist? In deinem VW-Bus hast du auch eine Kiste eingeladen, oder? Was? In deinem VW-Bus hast du auch eine Kiste eingeladen? Oder kommt die an der Seite noch rein? Warte mal. Die kommt an der Seite rein, die eine. Ja gut, ich kriege die an die Mühle da raus. Egal, von so. Kann ich nicht. Kann ich wechseln. Komm nicht ins Auto rein. Och, Mann. Jetzt verstehe ich das Problem gerade. Warum das nicht funktioniert. Ich verstehe das Problem. Aber hier passen auch Streitkissen rein. Warum kann ich den nicht hier mitmachen? Was passiert? Wie kann ich diese Scheiß-Zeit-Klotte denn runter machen? Was soll ich denn? Warum? Was soll ich denn mit der Forst gehen? Nee, der geht durch den Auto durch. Aber ich kann den nicht wegschieben. Warte, 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 warte. Ja, hi. Hallo. So macht man das auf jeden Fall. So wird gearbeitet. So. Ich würde sagen, ich kann es abbrechen. Kann man es überhaupt abbrechen? Weil ich kriege die ja nie wieder raus. Und den Fahrzeug wechseln kann ich ja auch nicht. Dann wird ja automatisch gemacht. Na gut, dann machen wir halt eben nochmal rechte. Alles gut. Wollte ich rausgehen? Nee, warte. Hm. So, noch einmal. Und dann passt. Kann man wegfahren da bitte? Geht nix. Ja, sieht gut aus. Ja. 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 Ja, da kommt man auf die Idee auf diesen Scheiß-Wand zwei Kiffen abzupacken. Wenn man, wenn man Anhänger hat, drei Kiffen abzupacken. Wenn man, wenn man Anhänger hat, drei Kiffen aufpassen. Da kommt man auf die Idee. Den ich schneiden, sehe nix, aber hallo. Würde. Weil die halt in den Vollverraum mitten rein Mühle über waren. So. Oh Gott. So. Wenn die jetzt auch nicht, wenn die jetzt nicht auch noch hier reinpassen, ne? Dann, ähm... Ja. So, vier Stunden später, wir sind fertig. Ich werde die machen. Äh... Ja. Äh... Ich bin schwer. Hallo. Ja. Grüß dich. Grüß dich. Ja. Nein, 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 nein. Die vier Stücke wären los. Problem. Sollte Müllpacker wären. Ja, jo. Wir müssen die jetzt davon lösen. Wer wird dagegen fahren? Kannst du nicht, wenn du durchgehst. Warte mal. Ne, warte mal. Es geht schon. Warte mal. Na, geht nicht. Kannst du nicht. Ich konnte was aktivieren. Ja, aber das kriegst du ja noch nicht weg. Das ist halt... Keine Chance. Vielleicht schiebt. Ich kann die Schub wegschub für die Öle. Ich hab's grad nämlich wieder ausgemacht. Die Kunknurkulation. So. Ja. Ja. Mein Gott. Ja. Topp da raus. Sein Problem. Mach mal gerne. Ich hab grad vergessen! Wie soll ich... Wie soll ich das denn, moan? Die klebt halt fest. Wie so... Wie mechaniert. Ja gut, ich gebe ja fest, ich kann so ein... Geißel! Aha, aha, ich hab dich auch geschoben. Ja, weil da versucht wahrscheinlich der Anhänger automatisch die Marke da hinten drauf zu ziehen. Ja, hebe an! Du? Du warst! Du warst! Du warst! Du warst! Oh, Mann! Oh, Mann! Klar, das Problem ist gerüst! Oh, Mann! Oh, Mann! Ähm, die eine Kiste ist so halt kaputt schon, ähm, das muss so! Oh, Mann! 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 Ich bin in der Ego. Ähm, hätte ich abbiegen müssen? Ja. Okay. Einmal wenden und reißen. Oh mein Vater, da sind die Hälfte kaputt. Ja, da wird unten rechts richtig viel. Und das wo liegt. Oh, du hast doch Ladebeziehung auch nicht gemacht. Kann ich gar nicht bestehen. Ist die die Vorderung? Ja. Also, ne, in deinem Moment, in deinem Wend fähig keine Kiste. Nein, fähig mir auch nicht mehr. Ja, sind wir mit. Sieht die normal aus? Ja. Mhm, okay. Ja, da weiß ich nicht, dann unterschreib mir das bitte gleich beim Prachtbrief, dass die richtig abgeliefert wurde. Ach ja, man darf ja gar nicht so viel fahren. Da war ja was. Hä? 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 Ja, das ist eine Silvofoten-Welt. Äh, Silvofoten-Welt. Ja, ich meine, da war ja vorne, der ist abgebremsert. Ah, wir sind an der Autobahn, 130 ist hier nicht richtig. Ja, der ist da vorne. Eieiei. Eieiei. Ich weiß nicht, wir sind auf, äh, hinten, ja. Ohne Abstand. Nein, ich meine, auf der Autobahn wollte ich. Was für dir passiert, was ist nicht so so stark? Moment, Moment, war das auf der rechten Seite? Oder auf der linken Seite? Nee, rechten. haben wir überholt ja ja ich habe das hier recht ab aber die ist ja eh ich ja gerne sagen aber von mir ist ein blauer Transporter... äh... Warte. Ok. Ich würde ja auch gerade aussagen können. Hast du Hunger? Hast du angeschaltet? Ja. Geht mir nicht. Ah ja, doch vorne sehe ich ein bisschen was. Nein. Ich würde rausgehen. Ich weiß gar nicht. So und hier wieder rechts. Und dann müssen wir da sein. Wie lange nicht noch auf? Hat doch nur zwei Stunden gedauert. Nein. Eine ganze 32 Stunden. Ein Grundschlag. Ach, Karl, ich kriege noch den Schluss gleich. Einmal hier bitte. Ja, ne? Wir kriegst... Ja, ich habe gegeben. Also, ähm... Ja. Hallo Auto. Ich hab Anhänger. Ich hab vor... Das ist blau. Ja, das ist blau. Wenn wir mal reinfällen, ne? Ne. Ok. Was ich nicht? Da ist doch keine Wand. Ja, das ist ein Sound. Ja, das ist ein Sound. Aber macht doch nicht. Ich bin gleich runter. Ich geh mal ganz kurz vor ein bisschen. Ja. Für kleine Jungs. Ich hab's nicht eingebaut. Ja. Fachbeschädigung 9 für die Patienten, ne? Ich hab das keinen Hornet felf Americas online. Und ach, ich hab nach Augen. Ja, das ist schwierig. Ja, das ist ein Wangen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020